Hi Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer neuen Folge Entschrouded. Heute möchte ich euch gerne zeigen, wo ihr alle Fossilien in den Hochweiden finden könnt. Wenn ihr Bock habt, scannt die beiden QR-Codes, die sind einmal für meinen Discord-Server und einmal für mein Instagram. Und vergesst nicht einen Daumen nach oben zu geben, zu abonnieren und die kleine Glocke zu aktivieren, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt. Ja und dann würde ich auch schon sagen, wir starten rein, viel Spaß und let's a go! So, und dann sind wir auch schon wieder zurück in der guten Stube. Wir reden von Fossilien und wir reden auch von der entsprechenden Deko für diese Fossilien. Die findet ihr beim Schreiner und zwar hier unter Dekorativsammlungen. Dort gibt es jetzt die verschiedensten Ausstellungstische für die ganzen Fossilien. Hier haben wir eine Vitrine mit drei kleinen und zwei mittleren. Hier sind zwei kleine dabei, hier zwei mittlere. Und wir haben hier noch eine Vitrine mit einem großen Ablagefach. Ich zeige euch jetzt erstmal die Standorte, an denen ihr die ersten fünf Fossilien der Hochweiden finden könnt. Der erste Standort befindet sich tatsächlich gar nicht weit von meinem Zuhause. Und zwar ist er hier neben der Nekropolis. So und da sind wir auch schon. Hier befindet sich so eine kleine Mine und hier müsst ihr einfach nur reingehen und dann sollte auch eigentlich schon ein Fossil droppen. Ah ja, genau, hier ist es. Wir sammeln es und haben jetzt einen runden Seeigel gefunden. Sehr schön, das war auch schon der erste Standort. Mehr gibt es hier tatsächlich gar nichts zu tun, also schauen wir uns doch mal den zweiten an. Der zweite befindet sich nämlich gar nicht weit weg von uns und zwar in den Eckstädter Salzminen. Wenn ihr also hier den Weg lang düst und die Meldung bekommt, dass ihr in den Eckstädter Salzminen seid, müsst ihr tatsächlich einfach nur geradeaus weitergehen. Hier einmal nach oben. Jetzt gehen wir mal nicht so schnell, dass ihr es alle mitbekommt. Und dann direkt auch hier gleich in diesen Eingang einfach geradeaus durchlaufen. Und hier unten an der Wand, ihr könnt es schon leuchten sehen, wir springen mal runter. Machen erstmal die ganzen Käferchen hier schnell weg. So und hier an der Wand seht ihr das zweite Fossil. Ein Ammonitabdruck. Genau, das war es mit der Position. Wir schauen uns die nächste an. Die nächste Position befindet sich unmittelbar bei der Niederauenwarte und zwar hier unten neben dem Refugium der Flamme. Wir fliegen also hier auf dieses Gerüst zu und wenn wir dann hier links neben dem Gerüst gelandet sind, müssen wir einfach nur zu diesem kleinen Holzsteg einmal hier runter gehüpft und schon haben wir hier das nächste Fossil und zwar den erhabenen Seeigel. Ja, so schnell kann es gehen tatsächlich. Wir schauen uns das nächste an. Das nächste Fossil befindet sich hier. Wenn wir dann von der Niederauenwarte hier runterfliegen, dann fliegt in Richtung dieses Gebäudes hier, landet hier unten, geht hier den kleinen kurzen Weg nach oben. Einmal über diese Planke und rauf. Und hier ist das vierte Fossil, Seeigelgruppe. Und das letzte Fossil befindet sich hier beim Salzbergwerk direkt neben der Flammenkrüpte. Und wenn ihr hier steht neben diesem Rad, einfach hier so in der Mitte quasi von dem Ganzen, dann geht ihr den Weg hier nach oben, hüpft einmal hier rauf, macht das kleine Viech kaputt und schon habt ihr hier das nächste Fossil. Und zwar einen großen Ammonit. Genau, so sieht das Ganze dann aus. Und das war eigentlich schon das ganze Video zu den Fossilienstandorten. Falls ihr noch mehr Standorte gefunden habt, dann schreibt es mir gern in die Kommentare und natürlich auch, wenn ihr Fragen habt. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend und hoffe natürlich, dass euch das Video ein bisschen weiter geholfen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Viel Spaß und bis dann!